verborgen so erst mal speichern in p 136 so ein flattern der weit uns festhalten müssen und nun toter die ich auch noch verfehle blitz ins gesicht ist nicht so schön und sie lasst heiß am verhungern könnt ihr mal treffen das gibt es doch nicht so völlig auch wieder nicht umklammert werden neid ich trifft sie mal so habt ihr es jetzt gut und zwar ich muss ins labor zurück oder ja genau zu diesem netten ort hier die kann ich jetzt auch noch gerade gebrauchen ich war keine paralyse habe ich das schon mal gesagt störe einfach bitte für mich so hier gibt es nämlich ein relativ wieses secret ich stehe doch im licht ja au stehe ich im licht nein stehe wieder nicht im licht au weg 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 da wie da verbrauche ich keine wiederbelebnis stinger erst mal wieder zurück den gang jetzt stehe ich aber nicht schnell mal wiederbeleben gehen was könnte weil diesem todesgang ist an der wand ein schalter versteckt und er öffnet ein secret so mal kurz wiederbeleben und überschreiben den spielstand eb save so und dann nochmal bitte ins labor und diesmal am besten mit dunkelheit so ich glaube ich hätte ich erst später machen sollen egal woHHHH wo 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 Pellets. Au. Hier ist nichts. Aua. Okay, kurz hochheilen. Schauen wir weiter. Ich weiß, es ist auf jeden Fall irgendwo an dieser Wand. Was ist jetzt schon wieder kaputt? Okay. Ich lade lieber mal. Da war jetzt gerade irgendwas verpackt. Dadurch, dass ich da gerastet habe. Nee, ich will laden. Ja, das da laden, bitte. Bin ich froh, wenn ich das Oral Scripting hinter mir habe, aber da bleibt noch die letzte Tor zum Ausgraben. Wo die ist, weiß ich auch ungefähr. Also ich kenne den Ort, nämlich die Cemetery. Also der Friedhof. Ich weiß nur noch nicht, wie man sie findet. Also gut, zurück in die Krypta. Zurück hier rein, meine ich. Weil ich glaube, ich lasse das Licht dieses Mal an. Nee, ich mache es glaube ich doch wieder aus. Äh, das ist doch sonst zu irreführend. Wow, ich stehe im Licht. Aua. Okay. Hier ist der Gezeihtknopf. Au. Uah. Das war schlecht. So. Ist immer noch beleuchtet. Bist du hier Knopf? Nein. Ich muss immer drauf achten, wo ich dich schaffe. Hier ist auch kein Knopf. Ah, Mann. Ist hier einer? Nein, ist keiner. Hier ist auch keiner. Puh, das war knapp. Hier ist auch nirgendwo zu sehen. Hier auch nicht. Wow. Hier bin ich jetzt voll sicher. Hier vielleicht. Nein. Aha, vorsichtig. Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Wo ist der Knopf? Wow. Ich weiß, dass es die Seite war. Wow. Hilfe. Ja, das wird mich sicherlich wieder umbringen. Definitiv. Vorsichtig sein. Noch stehe ich auf dem Erleuchteten. Au. Da bin ich zu früh getraftet. Nicht im Dunkeln. Das ist kacke. Okay. Einmal wiederbeleben, bitte. Einmal durchs Dunkel wiederbeleben. Hä? Scheint hier zum Glück wieder aufgeladen zu sein. So, kurz Licht machen. Und dann wieder zurück in die Laboratorien. Ich will dieses Secret finden. Dieses mies versteckte Secret. Das ist nicht gut. Das kann man okay lassen. Ah, das schaffen wir nicht mehr. Ouch. Äh, w-w-w-w-w. Au. Das ist teilweise richtig unfair platziert. Äh, Licht, Licht, Licht. Au. Ah, das schaffe ich nicht mehr. Nein. Au. D-d-d-d-laden. Ich habe keinen Bock, jetzt noch mal zum Speicherkristall zu laufen. Da kann ich gleich laden. Dieses Secret, das ist... Ich habe gewusst, dass das mies ist. Aber dass das so mies ist... Äh. Einfach nur, äh. Äh. Außerdem, wer kommt darauf, in so einer Todesfalle nach einem Secret zu suchen. Da muss man ja bescheuert sein. Also, es ist wirklich das gemeinste Secret überhaupt. Also, es ist wirklich das... Es gibt immer Platten, hinter denen ich muss nur die Augen nach ihnen offen halten. Oder auch nicht. Au.